Ja hallo und willkommen zum weiteren Let's Play von Super Mario Bros. 3d Wii. Wir haben ja in der letzten Folge uns einen eigenen Kanal, ähm, eine Datei erstellt. Und daran werden wir jetzt weiterspielen. Und ich spiele hier heute mit... Ja, schon wie der letzte Verlore, ich habe auch einen Youtube-Kanal, wie ihr heute schon wisst. Ja, und ich fahne da gleich an. Gut. Im Lochi. Ja, voll. Ich bin ja jetzt in dritten Level, oder? Ja, ich bin ja jetzt in dritten Level. Ja, dritten Level. Oh, ich bin ja jetzt in dritten Level. Oh, ich bin ja jetzt in dritten. Na, weille! Joschi, Joschi, geil, 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 geil... Joschi, 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 geil, 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 Joschi! Joschi! Ja! Der hat der rein, der mich Joschi. Off, lallo, lallo. Für Korbessen. Ja, Jolt, Jolt! Man, wo Joschi schon! Nein, Lassi! Ja! Komm, komm, komm! Nein! Lassi! Ja! Ja, er ist attackiert worden. So habe ich gerade gesagt auch im YouTube-Kanal. Hup! Die machen das bei uns in unserem Kanal. Nein, Lassi! Ey! Warte, warte, warte! Warte, 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 warte! Guck, warte, 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 warte! Ja, Peter Jasche! Hup! Warte, warte, warte! Ah! Ja, da geht's rein. Das ist toll. Das ist toll. Es ist auch ein Schraub. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Na ja. Nein. Mehr dazu. Mehr dazu noch nicht. Ich hab dir das nicht einmal. Ha! Das war das erste Level. Ja. Guck mal, zum... ...dem... ...Mittel... ...Buss, oder wie das heißt. Ja. Vor dem... ...Vorgegner zu sagen. Oh Gott. Na, denn wir haben diesen Brief erhalten. Er verleiht uns nichts Gutes. Ach, scheiße. Ja, ist egal. Ich sorge mich für meine Freunde. Wenn du sie siehst, trage sie zum Ziel. Ja. Oh, trage? Ja. Hey. Warte, 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 warte. Das war das mal. Ich bin leid. Ich habe es am wichtig. Warte, warte. Eure? Warte, warte, warte. ...Warte, warte, warte. Ich bin immer bereit. Was? ich habe es gerettet ach du kommst oben hin warum drückst du an wenn ich eh tot wäre warum drückst du an du warst du noch am ihm ja 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 Was muss denn? Komm mal, wenn wir runter. Komm. Miko. Scheiße. Du bist nicht. Ich lebe noch. Achtung kurz auf. Supermau. 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 So, das war es auch schon von diesem Let's Play, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal, tschau.